Grillhandschuhe kann jeder. Echtes Teufelsleder, nur der Feuermeister. Wir, die Adolf Jungfleisch GmbH aus Erkelenz, sind Hersteller von Arbeits- und Schutzhandschuhen für den industriellen und gewerblichen Bereich. Mit unserem neuen Barbecue-Handschuh Feuermeister werden wir im Rahmen des AC Quadrat Wachstumsplan jetzt auch den Endverbrauchermarkt erobern. Der Feuermeister ist aus hochwertigem Spaltleder gefertigt, extrem robust und teuflisch gut. Unsere Handschuhe sind nach der neuen PSA-Norm zertifiziert, die ab 2018 für alle Barbecue-Handschuhe zwingend verpflichtend ist und von einem Großteil der Hersteller bis dahin nicht eingehalten werden kann. Mein Name ist Susanne Bielen, ich bin Geschäftsführerin der Adolf Jungfleisch GmbH, leidenschaftliche Grillmeisterin und Fan des Feuermeisters. Wir sind davon überzeugt, dass wir ab 2018 den Barbecue-Markt rocken werden.